Ja, bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wär das Ding voll verfickter Gold machen. Was suchst du denn hier? Oh! Oh! Das ist nicht... ... 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 Siehst du den Koffer? Tu ich, er bewegt sich. Warte, das glaub ich ja nicht. Was? Quints Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas hab ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 lottery zeitgeist Der Koffer ist auf einem Boot das Fluss aufwärts. Ich hab hier ein Motorrad, ich folge Ihnen. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Nein. Warte, da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Nichts, wenn wir im Kaffee Kräber habenchęsen müssen. Bis zum nächsten Mal. 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 Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay. Ich treffe ihn dann. Dieser Autoladen ist in Mad Mile. Dann muss ich wohl zuerst das Bezirkskontrollzentrum hin. Aber ich bin halt. Ich bin halt. Und ich bin halt. Und ich bin halt. Und ich bin eben. Oh, gott down. 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 Ja, ja. Ja? Ich weiß nicht was... Was ist los? Halt! Das ist doch scheiße. Ja, so koste ich. Lassen Sie mich gehen, dann sage ich nichts! Oh! Oh mein Gott, 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 Gott! Was? Was? Oh, so kick a little. So I like it. Oh, no. Oh! So kick a little, so I like it! Wie geht's denn? Schöner Tag, oder? Okay, alles klar. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalles. Polizei! Schnell, die Polizei! Hören Sie mich! Notrufzentrale, worum handelt es sich? Oh Gott, ich brauche Hilfe! Bitte kommen Sie schnell! Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scans. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Raus! Hier Leitstelle, der CTOS hat mir Lichtsinn lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Ich bremse hinaus! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wir haben ihn! Leitstelle, wir brauchen vollen CTOS-Zugang! Ich habe ihn verblenden, ich habe ihn verloren. L.S. 938, Charlie hier. Wir fahren zurück zur Wache. L.S. 938, Charlie hier. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Raus hier. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Hallo? Bitte schicken Sie Hilfe, das ist ein Notfall. KDOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigem. An alle Einheiten für die OL-KT-Verlächtigen lokalisiert und markiert. Wir werden die Trassen! Das war's für heute. Ich kann es platt machen! Stopp! Sofort anhalten! Eine Verschärkung ist sicher keine schlechte Idee! Ellis, wir brauchen hier sofort die Sanitäter! An alle! Dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterher geschickt. Er hört erst auf, wenn wir ihn zwingen! Los, ran wir ihn! Ellis benötigen CTOS Zugang. Der Scheißkerl kann sich nicht ewig vor... Er kann nicht weit gekommen sein! Stöbern wir ihn auf, Leute! 948, Adam, für Leitstelle! Wir fahren zurück! Oh, 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 oh! It's a moment! It's a moment! It's a moment! Yeah! Yeah! Oh, oh,지in! Oh, oh, oh! Oh, Nev, ich hatte Zeit, Mam Crispin. Es war keine Chance! Oh, verruismää,abilir. Tögerl. Ich hädchen vor. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Was ist das? Alles klar, aber... Ja. Pass gefälligst auf, ja? Nee. Das kommt am Ende wieder weg. Das kommt am Ende wieder weg. Scheiße, ein Fixer ist hinter mir hier. Den muss ich erledigen. Sofort. 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 Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notrufzentrales. Wir brauchen ganz schnell Hilfe hier. An alle Einheiten, die die OS-Scan initiiert.